Herzlich Willkommen bei Souveräne Quarantäne, jetzt bei Urban & Anders in Alt-Sächsiehausen in Frankfurt. Auch hier sind die Türen wieder geöffnet und die ersten Gäste sind da und erfreuen sich schon an einem schönen Drink, an einem wunderschönen Tag. Der Stefan Prinz von Urban & Anders hat darauf geachtet, dass es nicht zu viele Leute sind und dass die Hygienemaßnahmen alle eingehalten werden. Aber er freut sich sehr auf die Eröffnung. Für so einen kleinen Laden ist es relativ schwierig, diese ganzen Auflagen zu erfüllen. Aber trotzdem freuen sich alle an dem schönen Wetter auf ein schönes Glas Spritz, einem guten Weißburgunder aus Südtirol. Oder einem Primitivo aus Apulien. Alles gibt es dort, ein schönes Glas, jeder nacheinander. Die, die reingehen, müssen sich registrieren. Aber das tun die Leute, sind sehr, sehr entspannt. Und so ein klein bisschen Lebensfreude und normaler Alltag hat sich wieder eingestellt. Eine der besten Weinbars in Frankfurt, die Nummer 1 bei Journal Frankfurt, dem Ausgeführer, ist für mich einer meiner besonderen Tipps mit einer richtig guten Auswahl für eine schöne, souveräne Quarantäne außerhalb. Denkt an die Wirte, die brauchen eure Hilfe jetzt. Eintrinkt, tut niemandem weh. Und support your locals. Nicht vergessen, es geht wieder los. Aber vorsichtig sein, anständig sich benehmen, damit das auch eine Weile so anhält. Bleibt gesund und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ciao. Ciao.